Ihr seid so fies. Nein, das sehen wir gar nicht. Läuft so ein Spiel wie früher Lemmings, bloß dass man dann Zombies hat, die irgendwo runterfallen müssen. Nur zwei Stunden? Ja, wir haben es geschafft. Ja, Biene. Wo? Nordost. Ja, verschwindet grad. Ich dachte, die wär schon in der Nähe. Die waren Sichtweite zumindest. Will jemand eigentlich ein Hunting Knife? Wenn das besser ist, als mein Iron Reinforce Club? Ja, ne, dann ist zum, ähm... Zum Zerlegen. Zum Zerlegen. Ich hab noch keins, aber im Moment grad nicht. Ich vermute eher, dass ich das hier nicht überleben werde. Hallo? Ja? Du brauchst eine positive Grundeinstellung. Ach so. Du brauchst eine positive Grundeinstellung. Ach so. Achtung. Oh. Da. Da oben. Ah, da. Ja. Warum lädst du die Falle nicht? Die Fallen triffst du nicht. Da ist auch noch eine zweite. Im Westen. Du nimmst die Machete nicht mehr aus der Hand, ne? Ne. Nur hier in den Westwagen. Ich hab mir die Angst, die Falle runter. Na, die geht schon wieder zu weit weg. Wenn man von euch so einen Branch, kann man ihn kaputt machen? Nein. Kann man sich da eigentlich so bauen, oder? Äh, wenn du ein Rezept hast, ja. Okay, also mit Rezept. In der halben Stunde haben wir es geschafft. Ja, endlich. Juhu. Endlich wieder besser bewegen können. Im Nord-Nord-Nord-West ist gerade eine Wespe aufgetaucht, gerade wieder verschwunden. Ja. Ja. Ja, wenn du da runter guckst, siehst du auch an der Ecke riesige Erzvorkommen. Oh, ja. Genau. Oh, da unten? Das? Das ist Erz, ja. Oder Kohle, oder irgend so was. Das kann ich von hier nicht sehen, aber das ist Metallvorkommen. Da kann man ja mal einen Taschenpfeil machen. Kann man ja mal einen Taschenpfeil machen. Das ist schon recht groß, ja. Ja, wir können los. Na dann. Irgendwas streut doch hier rum. Ja. Das meinst du nur. Sicher? Da unten sind zwei. Zwei. Hier ist noch was zum Kaputtmachen. Wir sollten gucken, dass wir hier nicht drin gefangen werden. Mhm. Da oben ist das Dach wieder raus. Ja. Also wir müssen theoretisch wieder zurückspringen können. Würde ich sagen. Wir müssen auch wieder einen Muttenframe hinlegen, drüber laufen, wieder wegnehmen. Mh. Mh. Bei dir runter. Ah, da soll er. Wir haben ja noch gerade ein bisschen gelootet. Oh, da unten ist ein bisschen Feuer. Kann ich mir vorstellen. Wir sollten uns mal weg von hier bewegen. Was haltet ihr davon? Beine in die Hand nehmen und laufen? Äh. Komm hier. Hier drin ist noch Bücherregal. Oh ne mit. Dann nehmen wir über das Zimmer hier tatsächlich die Beine in die Hand. Nicht über die Treppe. Wir können auch hier. Geht das? Kommen wir da raus? Oh ne. Das ist noch eine Etage zu hoch. Hier. Hier kommen wir. Hier. Hier kommen wir runter. Ja. Mit dem gebrochenen Bein könnte es wehtun. Das sind vier Blocks. Geht. Bis zu weit. Geht. Vorsicht, hier ist einer am Travel. Genau. Und hinter uns sind noch ein paar aus dem Gebäude gesprungen jetzt. Olli, 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 Vorsicht. Olli, Vorsicht. Kommt noch einer? Mit glühenden Augen. Ja, den gehe ich nicht wieder Machete an. Uah. Machen wir die kranke Schwester. Oh, daneben. Okay. Boah, okay. Ich wusste, dass es keine gute Idee ist. Daneben. Krampus schüttelt dir. Sag mal, haben wir PVP an? Nein. Eka, du hast den Krampus noch grad in den Nacken geschossen. Nein. Oha, jetzt wird's voll. Wir sollten laufen. Oh, nee. Ach so, das ist so einer. Sagen wir mal, wenn ihr nicht laufen wollt, ich laufe jetzt angelaufen. Oh, Scheintere, ich kann auch einfach weglaufen. hinten ist ein geschäft hier ist noch was in der tasche drin ich habe nicht reinschauen können ja sorry war noch dran kann ich weiß sie könnte irgendwo ein hund sein ein bisschen was los werden ollie kommen wir zu dem auto ja da ist ein rezept leder drin und der ist leer das heißt hier wollen wir rein hier wollen wir ein baker du hast doch deine pickaxe ja haben wir auch und rein da wenn wir ne Tür machen kann, dann setzen dann mach ich wir wollen ja öfter hier rein ach du scheiße, Inventar voll fängt schon gut an, ne? meins ist mittlerweile auch fast voll ich könnte ein bisschen was verarbeiten, aber hallo? also diese Dings müssen wir am besten leer machen, oder? naja mit der neu was drin spawnt hier ist noch was drin kann ich nix davon nehmen ähm warte mal ich schmeiß hier mal ein paar Sachen von dem raus was ich eh nicht brauch hab dir eine Glas-Pane ja man bin ich durch so hallo Eier raus hallo Eier raus so was haben wir hier noch äh brauchte von euch einer äh eine Bandage hier ist eine Bandage mit erster Hilfe oh ja guck mal hier ins Bad hier ins Bad da ist so viel Raum gibt's nix da ist einer an der Wand und hier ist auch noch einer drin in den Spiegel was ist noch? wo willst'n du? ey, ich war gar nicht hinter dir hier war gar nicht hinter dir ach nein, ich war gar nicht hinter dir ha meine Güte, ey da ist er ja, in den zwei Schrecken ist jeweils eine drin na komm na, das könnte das sogar reichen MT MT ist er leer? da gibt's auch einen Besuch ich habe mich erst wieder aufgeschossen das geht oh, wollen wir uns nicht verkrümeln? einer liegt da schon das ist jetzt stehen draußen auf der Tüme auf der Tüme hier, wer will neun Millimeter Rounds machen nimmt weil Kabinett sind die drin ähm keine Ahnung ich habe nicht ja dann nimmt bitte jemand das Wasser mit du sollst was lernen wo liegt was? in dem Ding Search File Cabinet ja da war was drin das habe ich nicht gesehen hat's irgendwann anders gelesen? doch da tschö ja habe ich jetzt einmal mit Profis ja ist doch gut haben wir doch schon geschafft schon geledigt so ich hoffe jetzt gut ob ich noch irgendwas hier zerkleinern kann Sambos warst du hier schon mehr drin oder? bitte? in der Stadt hast du hier noch mehr gefunden oder? gucken wir einfach weiter mit dem Ding um die Ecke könnt ihr übrigens teile unter 100 locker scrappen mit dem Ding um die Ecke ja das ist ja noch nicht wirklich weit wir laden hier das ist alles ja komm mach auf ich stehe im Weg so eine Bandage 1 also Ang'faad 2 2 2 4 3 4 5 4 6 2 1 7 6 7 ja jetzt wieder warm immer weiter das sind noch zwei autos dieses nix drin habe ich schon geguckt haben wir gehen in der mitte irgendwie in der mitte irgendwie nicht in diesem blöden ist doch ein bisschen zu warm wobei ich jetzt doch bei dem auto gucken ja mal wasser weiter rumladen man ihn auch kaputt da ist ein brennender ok pufferjacket brauchte jemand ja mach kleidungsfetzen draus das ist leder also ok dann helfen wir ihm doch mal beim anklopfen ich hab ne fire axe so, offen hervorragend oh tja hat jemand noch platz für getränke gar nicht der ist unser waffenmeister das bin ich akashematik oh, sehr schön dann geht besser ihr mit der spitzhacke dran braucht man für pistolen wer hat das schematik gesehen ich bin da mit in der mitte in der käste ok, ich seh' ähm, machen wir mal so 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 empty oh scusi so so wir haben jetzt Power wieder aufgetaucht wir wollen uns veräppeln, sonst nix oh Spitzer geht kaputt ich hab nix zum reparieren ich auch nicht mehr ich hab auch nur Scrap dabei wer hatte die AK? da ist hier im Barrel drin genau wenn du Schematik hast und hast mehrere Teile davon im Inventar kannst du anfangen die zusammenzubauen nimmt nur einen Platz weg ok kannst du mich bitte reingucken ich hab tolles die Joe oh und A4 Top Gun, Hunting Rifle Parts wenn die Oma braucht oh hier ist sie eine andere mit dabei komm her warte ich kann dir helfen so jetzt aber Iron Leg Armor Schematik wer möchte das? Oli? Iron Leg Armor Schematik ja ich bin auf der die die